Es ist wieder ein neuer Tag. Es ist morgens. Heute bin ich aber echt gut drauf. Oh, meine Mama schläft noch. Ich werde sie heute überraschen mit etwas sehr Besonderem. Erstmal ziehe ich mein richtig, 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 richtig schönes Outfit an. Darum habe ich mein Leben lang gespart. Und endlich habe ich es bekommen. So, ich ziehe es erst mal an. So, ich habe mich umgezogen. Ich ziehe noch mein Haarband an. So, jetzt bin ich bereit für den Tag. Ich mache schon mal das Frühstück. Vorbereiten. Ein Brot mit Erdnussbutter. Und eins für meine Mama. So, gut. Ich nehme mein Frühstück heute mit, weil heute gehe ich auf den Bauernhof und mache meine Arbeit dort. So, ich vergesse nicht den Kühlschrank zuzumachen. Ich lasse sie lieber noch schlafen, wenn sie aufwacht. Dann wird sie sehen, dass ich mich bestimmt auf die Arbeit gemacht habe. Bevor gehe ich noch aufs Klo. So. Vergiss nicht, die Türme zu schließen. So. Ich öffne die Tür. Und jetzt gehe ich zum Bauernhof. So, jetzt bin ich auf dem Bauernhof angekommen. Ich esse erst mal mein Brot auf. Ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal. Und die Gemüse und sie. Nein, sie sind richtig lecker und reich. Und Bohnen. Und Bohnen. Natürlich auch. Es ist bei uns gerade Tomatenzeit. Überall. Wechseln, Tomaten und Bohnen. Oh, eine Kartoffel. Es ist nicht die Kartoffelzeit, aber ist doch immer schon eine Kartoffelzeit. Und hier, glaube ich. So, jetzt bleibt das. Da reicht erst mal. Die sind natürlich gemütlich. Da sind die letzten Tomaten. Da sind auch ein paar andere Sachen dabei. Und hier ist noch nicht so. Jetzt ist noch noch die permettre des Blurs. Ich glaube, es geht auch nicht so. Wenn du mal es geht, ist hier. Und hier ist noch nicht so. Ich kann mal nicht mehr ler ita aus, du sollst du nicht. Und du sollst du nicht mehr lernen. Ich esse den Knopf, ich will ja nicht mehr lernen... ... sondern ich kann es mir noch nicht mehr lernen, Die Nachte Lächte ist jetzt so glücklich. So glücklich ist sie. Was haben wir sehen? Sie werden die Klaue nicht erken. Jetzt noch die Bafel. Und auf die Seite. Jetzt noch die Bafel. Und dann noch die Bafel. Und jetzt 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 noch die Bafel. Just ein bisschen. Du hast dich. 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 Du kannst mich. Du kannst dich nicht in meinem Arm. Ich bin bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.